aber man wie können wir jetzt da durchgehen jetzt da durchgehen und dadurch gehen und dann hier oben daran denken dass ich genau ja ne scheiße da ist verschlossen hat man warte mal warte mal lange mir aber doch da scheiße also geschickt war aber das ist ein roter schornstein oder das ist ein roter schornstein in dem haus war mir ja schon ja genau in dem haus war mir ja schon genau ich müsste jetzt darüber kommen aber wie weil das ist doch sicherlich wieder da wo scheiße dass man da nicht am dach vorbei kommt mich ein bisschen das fakt ein bisschen ab es ist auf jeden fall da wo man nicht hinkommen hier würde ich gerne hin altar mit geflügelten dass wir da nicht hinkommen das ist doch das was wir oder warte mal müssen wir mit embryo moment mal moment mal 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 ausgedacht aber dann macht keinen sinn es ist zu blöd dass man da nicht hinkommen es ist echt zu blöd bringt nichts da jetzt hoch springen oder 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 warte mal vergessen wenn wir hier reingehen scheiße ist ja auch nichts raus und dann bringt uns aber auch nichts entfernt man uns eigentlich nur davon ja trotzdem mal da weitergehen zum west teil das ist auch gesperrt da war jetzt dass wir den ziegen war mal hier hier haben wir hier noch nicht oder hier wollen wir noch nicht aber hier kommen auch nicht doch hier war man schon ist immer her gekommen genau hier sind wir nämlich runtergerutscht genau 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 so jede ist genau wir kommen jetzt ich würde gerne ich würde ja gerne mal lang was war das geil wild und nein kommt dann nehmen wir noch mal eine flasche was wir wollen plätze brauche okay ich hätte das gerne das fleisch und damit jetzt kann man nicht alles kümmern ich wenn ich wegschmeißen genau wie genauso wie die pistolen oder sowas als fleisch würde ich eigentlich auch nicht wegschmeißen ich will eigentlich gar nichts wegschmeißen aber dann ach komm immer wieder wegschmeißen und jetzt ach so ja egal es kommt dann lassen wir es liegen dann lassen wir es jetzt liegen ja 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 wų jų 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 super wenig gebracht eine so gut wie gar nichts hier kommen wir auch nicht weiter ich möchte gerne dahin warte mal wir könnten aber jetzt wir könnten aber jetzt genau aber das war mal jetzt auch genau wir gehen jetzt mal dahin hier war man es war schon was soll ja hier noch sein dann wird es ja nicht sagen ja kommen jetzt gerade nicht weiter oma bringt mir auch nichts absolut nichts sagenhafte wolf monster von einst möge dir kommen und und uns unser fleisch nehmen möge wir kommen und uns bei lebendigem leibe zu reisen das haben wir schon gelesen ist ja alles kein ding wenn hier jetzt mal auf wäre hier auf wäre echt baba wenn wir hier aber ich verstehe damit gefühle embryo ja was ist was ist denn das für einen schlüssel wo man da haben mit einem vogel ach so war mal da müssen wir doch aber da muss doch aber auch dann irgendwo hingehen und dann drehen wir mal um dann drehen wir mal um dann sollen sie mal uns alle mal hier kreuzweise aber mal hier können wir noch mal was einsetzen genau die haben wir schon so ja wieder nicht lang ja 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 es ist es ist aber auch ein kreuz dass da dauernd irgendwie was im weg steht dass das nervt dass das da halt nicht eingezeichnet ist das war der brachliegende agga da wird da würde ich gern hingehen aber wir waren ja schon bei der na wir sind ja schon mal hingekommen zu auch kommen wir auch kommen wir auch auf jeden fall über den über den dingsen über den kirchhof kommen auf jeden fall hin aber bringt uns das wirklich was er ist auf jeden fall noch da ist auf jeden fall noch was die kirche brauchen wir nicht aber da ist auf jeden fall noch ein genau da kann man die kurbel wieder einsetzen ja genau als kette schön okay so okay müssen wir so lang genau auf jeden fall auf alle fälle kommen wir mal hier was kriegen ein bisschen schrott ist noch da schieß pulver haben wir hier noch wie einen hammer jetzt haben wir hier auch noch in die hall perfekte noch mal hier hoch alter verwalte bist du nördisch oha wie sie ihn deshalb hat er getrennt ja so schön für seiner füge nice und kristallener flügel sehr schön hier ist wieder was naja wieder so ein schmuckstück als kette war das jetzt das schmuckstück exklusiv geschossen ok soll uns das schon was suggerieren ok das haben wir jetzt genau was haben wir jetzt oder ist wieder eine sau mal gucken ob die uns was tut ok ok wow die hatte erlesen ist scheiß dass wir hier nichts nehmen können war mal mitnehmen oh ne die kann man sogar nehmen die kette die los ist voller asche ok ok stein aus seiner halskette da draus ist jetzt ok weiß ich was er gemeint hat machen wir hier so auch noch was genau luciana schlüssel h geil ein schlüssel der an halskette befestigt war ok nice unser inventar auch so voll ist hier man ist jetzt nicht benutzt wir können sich benutzen wir haben volle 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 genau so dann wieder die kurbel einsetzen war drei rohrbomben gleich ok nice so tut mir leid schwein du musst dein schwein sein in dieser was kann man mit luciana schlüssel aber machen da muss uns ja was bringen aber das haus ist ja total es ist ja wenn wir kommen ja dann nicht mehr rein jetzt verstehe ist was wo sie meinen man kann kümmer aber mit luciana schlüssel vielleicht man weiß nicht ich kann man mit luciana schlüssel was ausschließen wenn man nicht sicher war man kann es ja mal probieren leichte kruft ja genau an zu schön gewesen wenn wir das waren können können wir das abschießen vielleicht aber immer mal die pistole nur da passiert nichts da passiert nichts okay so okay dann überlegen wir nochmal scharf hier und dann immer genau da gehen wir hier nochmal raus und gehen und gehen und wenn wir hier noch wenn wir hier nochmal hinkommen weil hier ist hier ist ja momentan nichts mehr ne außer dass wir hier tauchen können ist ja hier nichts mehr war mein fischer schießen ja geil 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 okay ja aber kann man auch natürlich nicht nehmen ah mist unbedingt mal ein bisschen platz schaffen so okay die kurbel ist oben also kommen wir da erstmal nicht weiter aber 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 who is good aber wir haben ja hier hier geht es ja weiter genau ha sie ist aber auch wieder dieser scheiß embryo schlüssel ne ach nö das macht so keinen spaß wir müssen aber da müssen wir irgendwo dann lang kommen jetzt wo hm oh ja wo was scheiße aber wo soll das sein muss ja an das haus da kommen aber nicht mehr hin ich hatte sehr gehofft dass wir da weiter kommen aber da sind wir jetzt auch nicht mehr weiter gekommen ne es war jetzt auch nichts mehr so können wir vielleicht genau das könnte man noch probieren das man bei das war jetzt hier bei dem typi beim duke genau das war da wieder weiter geht mal hier hier könnte man doch weiter oder ne der passt nicht das ist klar aber mal da doch wir kommen aber hier kommt bestimmt weiter hier können wir den nehmen ja geil ah nice